Wieso hast du kein Helm auf? Wieso hast du keine Schuhe an? Sie wurden auch angegriffen, dass sie sitzen, dass wir hier und die Hälfte sind. Ja, warte mal, ich hab's nicht mal. Ausbestimmten. Das geht nicht. Nö, ist alles da. Ist nur kaputt. Das ist die Werbung weg. So, wir sind live. Hallo und herzlich willkommen zu Glück auf Deutsch. Mit Mokri genannt. Melan. Ja, aber... Streamt auf dem Profil von ihrem Freund Deramo Live. Ihr habt leider erst mal eine schlechte Neu-Test-Votos. Erster und einziges Video diese Woche sind. Weil, ja... Halloween steht vor der Tür. Familienfeiern. Pipapo. Betriebsfeiern bei ihr. Bei mir leider nicht. Ja, siehste. Ich bin auch krankgeschrieben. Ähm... Mittwoch werde ich dann aber mit Seven Days to Die. Da werde ich mal gucken, drei Stunden vielleicht zu streamen und euch die Tipps und Tricks und Pipapo zu zeigen. Morgen. Ähm... Morgen dann bei mir Final Fantasy 15 erstmal weiter. Was WLAN jetzt auch verstanden hat gerade. Ja, ich hab gefehlt, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. Ja, ähm... Ist ja nicht schlimm, kann man noch ausbügeln. Machst du's einfach im nächsten, äh... Formen nächsten Stream. Brauche ja keiner zu wissen. Oder formen erstmal zusammen. Deinen... FPSA und dann... kannst du einstellen. Äh... Folgen dir alle Beta noch, oder... Das ist einer. Die nicht. Ne, einer folgt mir. 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 Den ist sehr schwer zu lenken. Weißt du das eigentlich so ne großen Viecher? Ja, jetzt ist mal erstmal mal mal nach Hause finden. Also... Voraussichtlich Freitag. Hammerzeit. Mir sei es, ich bin schon im Schatten und mir ist trotzdem heiß. Das ist für Blödsinn. Ach. Äh... Wie kann man springen nochmal? Mit X. Ja, Leute, ihr könnt mir mal... Be-be-be-be-helfen. Xbox One oder Playstation 4. Assassine. Das neue. Und Red... Red... Red Dead. Red die Menschen. Zwei. So. Das ist ein guter Name, ne? Äh... Das, äh... Ich habe mir das für Xbox und dann ein... Klassisches Let's Play draus machen soll. Oder für Playstation und Streamen. Kommt, lass aus der Lippe fallen. Ich bin hier heute da. Also wir waren auf jeden Fall oben auf dem Berg, ne? Ja, das weiß ich noch, aber... Ein Dodo! Welcher Berg weiß ich nicht mehr. Hm. Ich hoffe, der hier. Wir probieren jetzt aber mal den Berg hier. Wir müssen irgendwo runtergucken. Dann müsste irgendwo unten sein. Oh. Nee, ich glaube... Das ist so sumpfig. Ah, ich weiß nicht. Oh. 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 Gott. Gott. Wir haben einen Dolphetscher, kurzer. Ja. Ah. Schon wieder. Ich wurde vergiftet, Frau Dam. Gott. Ich schlafe. Toll. Und ich bin tot. Neee. Du schläfst noch. Du bist bewusstlos. Prozent wird auch bewusst wird glaube ich zumindest es wird zu tun können fängt er gut an er von Runde schlafen hatte die genug geschlafen und für Wochen lang Prozent Goldschutz stehen wieder auf Prozent und steh ich nicht wieder auf jetzt er hat er Thomas Gustav hat die Schildesöl geschützt und er ist so dunkel für mich nicht ich bin wieso speichert Sätze mit welchen Schubbücher Hörer könnten darunter eigentlich aber das ist ja der falsche Berge bisher und da und das Haus sind irgendwie schon wer verkehrt Prozent wo sind wir eigentlich wird das irgendwie angezeigt denn normalerweise durch so ein Pfeil bei dir bei mir wird das nicht angezeigt Prozent 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 warte mal ja wie nimmt doch die waffe in der hand haben leuchter ich glaube wir sind hier komplett falsch richtig hoch die die mann und eigentlich die sind er nicht reiten die nähe und und krebs an das klinik das ist schon vorbei also der kann auch gerne bei mir ein follow da lassen also ich weiß nicht ich kein Kumpel so und ich habe hier kein Zünder naja und was jetzt 51 wird doch langsam das ist ja wirklich so oder es ist Prozent und Spitznamen von ihm er heißt Frank Erden okay ich dachte nur und das wird mit so sind wir hier eigentlich keine Ahnung aus du musst du jetzt da runter und keine Ahnung wie du runter in Rüttemberg die auch verdammt ich bin ja fast tot man ich hab noch mal zu essen dabei ist was zu essen und ich auch nicht deswegen oh scheiße wenn wir jetzt irgendwie ein Vieh angreift ich bin sofort tot wir können uns doch was bauen wir können uns doch was bauen dann gucken ob er immer ich hab doch einigen Kompass mit ihr habt und der im Haus vergessen leck mich da hinten kommt so ein komisches Ding runter auch Applaus Teil ja Leute ja Leute Arbeit ist schwer ich weiß nicht, ich mache mir jetzt mal Pastek sobald ich genügend hier äh Steine ab so weißt du was der Witz ist? ich hab bloß noch eine Patrone extra von der Schrot drauf net die die Da, hier. Ich hab doch drinne. Ist drinne im Lagerfeuer. Du musst nur putzeln. Aua! Mann, Gustav! Ich guck mich mal ein bisschen um. Du kannst ja aufs Lagerfeuer achten. Ey, sag, zuhause... Okay, einmal Fleisch ist schon die Braten. Ich heil mich ganz langsam. Ich heil mich ganz langsam. Aha, die Ramo Life guckt mir zu. Aha, aha. Ja, ja. Ich guck mir selbst so. Oh. Ja, ich wusste ja, irgendwo. Wo willst du denn hin? Wo bist du denn? Ich weiß nicht. Machst du nicht so ein Pfeil auf der Karte, so einen blauen? Ein Pfeil? Ja. Wurde mal. Nee, auf der Kriegskarte kann man uns sehen. Die Kriegskarte hab ich leider nicht dabei. Die liegt im Haus. Liegt alles im Haus. Wir sind einfach hier losgestürzt. Wie die Wahnsinnigen. Ich geh mal jetzt erst mal hier. Ähm. Schon gleich mal gambelt das Fleisch drauf. Was ist das für Blödsinn? Und den verarschen? Von den verarschen? Hallo. Pack doch das mal rein. Oh, mein Sau. So. Oh, mir ist heiß. So. Huch. Alter. Ist das doof. Stellt sich mit ins Feuer rin. Also, Gustav. Oh, Reh, mach mal Platz. Oha, au. Gustav, bist du blöd oder willst du gleich eine Renan? Nein, der hängt ja fest. Ja, an mir. Wegen was sind wir jetzt eigentlich losgezogen? Ja, wir wollten den T-Rex finden und haben keinen gefunden. Und dann wurden wir von irgendwas angegriffen. Dann wollen wir eigentlich wieder zurück und jetzt suchen wir uns nach Hause. Gut, ne? Ich hab so das Gefühl, dass man da rüber... ... und da irgendwo hin. Sag mal, kann man die nicht irgendwie bauen? Wo hat denn das Lagerfeuer hergestellt? Die kann man doch bauen. Ach, warte mal. Kompass. Metall. Scheiße. Hä? Wo halte ich denn das Lagerfeuer hergestellt an? Was ist hinten? Hinterm Stein. Ach da. Reinwand. Was sind die Kriegs? Kriegskarte. Eine Karte der Insel, auf der du deine Vorhaben einzeichnen kannst. Siehst du? Ja, schön. Das hätten wir mal einzeichnen müssen, wo unser Zuhause ist. Dann würden wir es vielleicht auch wieder finden. Wie tut man einzeichnen? Das ist die nächste Frage. Vielleicht einfach markieren irgendwie? Japp, Leder. Ja. Sehr schön. Das könntest du eigentlich bauen. Dann bau mal. Was machst du? Nicht. Nein, du sagst... Dieses Game, ey. Echt, ey. Ich kann zweier herstellen. Willst du auch reden? Oh, gut. Da kannst du... Ja. Ich will nur reden. Fertig? Eine müsste fertig sein. Neuer Level. Was? Fürs Bauen krieg ich die... Okay. Ich frag mich nach. Halbieren. Ich lasse jetzt fallen. Da. Dann müssen wir mal gucken, wie es funktioniert. Okay. So wie man sich die jetzt... Okay. Warte mal, ich pack mal das Fleisch in Feuer. Uh... So. Warte mal. ach du scheiße muss man das ich kann die nur irgendwo anbauen ja das sehe ich auch gerade das ist das okay ich frage nicht nach arg danke ich glaube das war so eine art karte worum wirklich drauf malen kann dann da brauchst du noch erledigt aber jedenfalls haben wir so schon mann holzkohle weggeschmissen mit amos ich habe jetzt thema fleisch im inventar ich habe aber nichts mehr zum draufschmeißen mit dem braten holzmäßig könnte ich aber holen es gibt problem diesen dino er tut er nicht nein hier ist vielleicht raus und dann gehen wir weiter hier doch noch nicht gewahrten meister kann man vielleicht auch noch als uns anwesenden lassen oder wie ja da wird so wenigstens aber das nächste mal hier am selben lagerfeuerland sind bei greifelauen Das ist ein Argument. So, äh, Berge ist hier eigentlich gar nicht mehr, oder? Doch, warte mal, da hinten, komm mal mit. Wenn wir wenigstens das alte Haus finden würden. Wo wir umgezogen sind, weißt du? Ey, das sieht doch so... Moment. Das sieht doch so aus. Na, ich hab' den Verdacht, wir sind hier eigentlich quasi fast in der Nähe. Das ist nur... Irgendwie der falsche Berg oder so gelandet. Das sind die Schildkröten? Alter, wo sind wir? Ja. Weiß ich nicht. Ach, Mist. Mein Dino hängt irgendwo fest. Oh, scheiße. Egal. Der wird schon nachkommen. Nee, auf ne bestimmten Zeit kommt sie nie mehr nach. Dann bleiben die einfach stehen. Warte mal, du läufst jetzt gerade hier direkt in den Sumpf rein. Und wir sind doch... Wir haben jetzt komplett die Insel, die eine Insel hier umkreist. Und ich habe keine Lust mehr. Wir suchen das gut. Hey, das macht nicht Spaß. Juhu. Wenn wir jetzt noch irgendwie Metall hätten, könnte ich einen Kompass machen. Könnt man wenigstens gucken. Norden, Süden hast du nicht gesehen, weißt du? Ja? Ja, aber nicht. Ich habe... Zuhause, da soll ich euch sagen. Ich brauche noch Metall. Dann könnt ihr hier neu... Neu einen bauen. Mein Gott. Schweres Wort. Hä? Äh... Angriff? Äh... Wo ist der denn hingekflogen? Ich habe doch hier gerade einen gehauen. Ne, das ist einfach ab. Du sollst nicht mal deine Superman-Kraft auspacken. Hahaha. Hach. Hm. Mein Gott, das ist ja schon mal das hier. Hä? Ja, da trinkt aber dann so schniesen-komischen Ball. Sagt mal. Ach, ja. Ich werde erst mal dein Spiel vorbestellen. Komm, los, mal noch mal ein Stück zurück. Ich glaube, ich... Hier bin noch auf die Insel dahinten, die da war. Ich denke, ich würde erst mal vorbestellen. Ach so, ja. Danke. Und dann kann ich dann nämlich hier am 14. abholen und gleich los schicken. Juhu. Ich bin vollzeitiger weiter als die Schenke. Hahaha. Ja, Fallout 76 wird dann sofort bei Release gezockt. Hahaha. Und das ist klein. Ich habe mir... Ich habe mir nix angeguckt zu Fallout 76. Nix. Ich werde mir auch weiterhin nix angucken, weil ich möchte da blind reinlaufen. Wenn ich sterbe, ist er ja. Weil es besteht alles komplett aus Spielern nur. Die komplette Spielwerte ist nur Spieler. Das ist mein Kino. Ey, ich habe ihn gefunden. Mir sei es, ich fall bald um. Wie kann... Ey, das ist so ein fettes Viech und... Und kann noch nicht mehr die Bäume umreißen, meister? Also... Auf welche Insel? Da hinten, die da auf der anderen Seite lag, oder was? Genau, da wo dieser... dieser Strahl ist. Dort vielleicht die Insel. Ich weiß sonst wirklich nicht, wie es sein könnte. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall. Das ist... Ja, mein Ausdauer ist gerade hinüber. Ich muss mal was trinken. Was musst du? Ach so. Ja, Dora. Ja, ja. Wie trinkt man nochmal im Wasser? Wasser und Dreiecke rücken. Ha, hast du nicht so gedacht, du Drecksvieh, wa? Ja? Pass auf, angriffslustige Füße. Ja, da sind wir rein. Jena hat es gerade versucht. Ach, vor allen Dingen... Das ist so schade, was ich hier kann, was ich hier kann, was ich noch sagen möchte. Äh... Call of Duty Black Ops 4 Zombie Mode. Es gibt nur Zombie Mode. Das finde ich so, dermaßen, von beschissen. Kein Story Mode, nix. Und wenn, dann vielleicht ein kleiner Story Mode. Aber alle zocken Zombie Mode. Das ist, äh... Was ist denn? Was trittst du hier rum mit der Fackel? Ich hab doch gar keine Fackeln mehr, halt. Du bist blind. Äh, Gustav, wenn du mir nochmal einen Weg abschneiden tust und mich da gegen die Felsen drücken musst, Liebe erst nach dem dritten Date, ja? Ja. Also, wirklich. Naja, also, der drückt mich hier jetzt schon das zweite Mal gegen den Felsen. Ich glaub, das ist so die falsche Insel. Äh, Junge! Hier ist Schatten! Wie kannst du so stöhnen, dass der heiß ist, Junge? Nee, warte mal! Ich weiß nicht! Ich glaube, wir sind doch hier lang gelaufen. Da ging doch mal unsere Dinos feste. Weißt du's noch? Ja, deswegen. Es könnte die richtige Insel sein, bei genügend Felsen sind da. Ja. Der Metallspiel ist nervig, wenn der Rennen tust. Der blinkt, der jedes Manns Ohr rennt. Hier sind wir doch mit den Großen hängen geblieben. Mit dem, na, heißt, na, sagt er mal, ja. Hä, ist der? Unser großer Packesel. Ja. Mein Gehörger, der auch irgendwo feste. Oh, geil. Ja, meiner läuft mir, mit dem Dodo zusammen rum. Halt! 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 Is der zufälliger, weil sie da runtergefallen? Halt! Weil ich gerade streame. Mädel. Weißt du, wo wir sind? Nicht da, wo wir sein sollten. Ich kann dir jetzt nur sagen, da wo du bist, musst du hinter dir laufen. Da siehst Bette. Wieso kann man das nicht aussuchen? Ey, warte mal, ich nehme mal den Ray auf Folgen. Und dann ziehst du mich einfach zur Basis. Warte. Zu spät. Leute, wir sind unsere anderen Passes, die landet. Und jetzt raus, hier sind irgendwo. Das wurde mir nur angezeigt als Spawnpunkt. Ja, weil wir in der anderen Burg noch keinen, wir haben da noch kein Bett. Aber ihr zwei wisst, wie wenigstens ist, wo wir landen müssen. Ja, deswegen. Ja, ich bin gesprungen, weil ich einen Felsen hoch wollte und die blöde Sau springt so weit, dass ein Abgrund runtergesprungen ist. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Schwung. Ja, ja, jetzt führ mich mal bitte da hin, wo wir hin müssen und ich muss mir Ausrüstung holen. Ja. Ich habe nichts mehr. Äh, unsere Austiere sind auch noch irgendwo. Egal jetzt. Also, ich glaube, wir müssen... Wir müssen da rüber, dass wir sie noch da auf die Insel. Genau, wir müssen hier rüber und dann da hoch den Berg. Genau. Bis jetzt. Da unten schon. Was, ich komme? Ich habe kein Essen mehr, keine Waffe, nix mehr. Er leckt mich doch am Arsch langsam. Ah, das wird was? Ich muss jetzt ganz schnell da rüber. Ach, das wird was? Ich muss jetzt ganz schnell da rüber. Ach, das wird was? Worüber? Ich bin schwimm mal. Hä? Ach, da. Das war doch die richtige Insel. Jetzt schwimmen wir mal. Kein Hai, kein Fisch. Immer noch kein Hai und kein Fisch. Lass mich bewusst in Ruhe mit Hai und Fisch. Lass mich bewusst in Ruhe mit Hai und Fisch. Lass du, da ist ein Hai, direkt hinter dir. Ah, da kann mich mal. Hast du ihn gesehen? So, äh, jetzt muss man hier hoch. Ja, berg nach oben. Ach, der groß ist ja immer noch, äh, ist ja immer hier. Ja, stimmt ja. Da hätten wir eigentlich, wenn wir den gesehen hätten, hätten wir eigentlich da hochlatschen müssen. Mir ist heiß. Ich habe nichts an. Wie kann mir heiß sein? Keine Ahnung, komm jetzt. Du. Ja, warte mal. Du bist nur diesen Berg hoch. Mensch. Gehst du mal? Da. Alter. Ich muss wem mit die fette Sau um Berg rumloven. Kann nicht wahr sein. Weil der so blöd ist, da hoch zu loven. Wenn ich könnte, würde ich dich ja hochziehen, aber es geht ja leider nicht. So, jetzt müssen wir eigentlich hier unser Häusler sehen. Hier der coole, genau. Da muss doch um unser Haus. Du. 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 Du wolltest doch eine 2. Etage um hinbauen, oder? Ja. Das machen wir aber so, dass man von außen hoch kann. Also hier würde ich Kinder noch in Kloppen. Wieso? Ich kann auch hier eine Leiter nach oben machen. Wo, was, wie, wer? machen keine wir machen keine dreifachleiter sondern wir machen einfach hier außen in klinischen auch und dann war man ganz normale leiter dann quasi rix herum so haben wir jetzt noch irgendwo ausrüstung ich hoffe doch wenn ich dann muss die welche bauen ah das ist doch schön dieses scheiß gestärbe und dann hast du dann diesen trick von dem voraus und die von den skinnen drinnen katz mir an ihr wenn ihr aussehen wie der papstmann so was da aber sagten eigentlich denn der männchen dazu um für was für eine konsole ich mir diese spiele kaufen soll das ist nicht kann auch gerne schreiben malo ich habe ich muss man zur auswahl und blitzigen für natürlich das ist doch eigentlich jacke wie rosa oder ich meine von der grafiker sind sie beide naja der xbox waren nur kündigen schönes letztlich draus machen mir vielleicht ein paar zuschauer krieg ich bin mir zu übungen nein ich bin jetzt auch hier bei der jahre nicht ach so das sei es aus ob du mir zu übungen hat so ein Mann ziehen ist jetzt ganz darum kräg das zu schützen muss ich die jetzt angezogen habe kumpel die oder noch ein zu Euro nun naja wir brauchen mit der nicht hübsch 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 habe ich doch hübsch 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 Die kann man auch nicht reparieren hier, die Schuhe, oder? Ah, Metallbahn brauchen wir. Scheiße. Ja, genau. Wir hatten doch... Ich hatte doch genug geschmolzen. Was soll denn das? Wo sind die hin? Ja, das weiß ich nicht. Alles weg. Bauen wir zu lange. PUSS! Ey, ihr wollt' mich da verarschen. Ach, wenn jetzt die Metallbahn wechseln, ich klasse dich in die Wand, arg. Leute, die Kiste kann man auch wieder neu öffnen. Was? Ja, die Kiste, die hier ganz oben ist. Die wir jetzt erst erst geöffnet haben, die kann man auch wieder öffnen. Ey, wir haben kein Metall, was soll denn das? Doch, wir haben doch hier... Ey, hier ist eine Ausrüstung drinne. Wo? Komm mal her, hier, wo ich bin. Ja, ich hol' jetzt mit Teil. Na, hier ist Ausrüstung, da ist Schuhe und alles drinne. Mein Gott. Braust du auch einen Helm? Ja, ich brauch Helm. Helm und Schuhe brauch ich. Helm und Schuhe, da. Gaffi hat mich grad ausgelacht. Ja. Der spiel wohl. Äh... Haben wir noch irgendeine... Scheiße. Ich hab ja auch keine Axt. Man kann mir gar nicht helfen. Deswegen will ich ja jetzt ein Metall holen. Dann würden wir doch schnell mal was machen. Ich hab keine Waffen mehr. Ja, ich bin völlig klar. Ja, ich bin völlig klar. Ja, ich bin völlig klar. Ich bin... Ich glaube, eh, es ist doch nicht mehr normal, wenn man ein Schiff zu filmen hat. Prozent oder ein Sprung zu füllen immer wo sind die ganzen Sachen in der Welt Prozent hat er gewöhnt werden ich meine das gleiche so ja vor allem Ey, Leute, schlagt mir mal bitte ins Gesicht. Nein. Bitte rechts und links, bitte eine geben. Ich nehmt mir Wachluss oder Warte? Ich hab da jetzt gerade Metall gesammelt, das... Ey, ich hatte auch Waffen und Ausrüstung im Schrank. Ja, das ist alles weg, ich weiß warum. Es gab doch wieder ein Update. Ah, das Fleisch ist noch da. Ja, ist noch da. Aber wir müssen langsam grillen. Das Rest ist noch da. Ich hab da noch Spitrake und so. Ähm... Kann man hier noch... Auch wir haben ja ein schöner. Diese Brenn der Ofen! Ja, ich hab ein Eber. Da ein Metall! Ja, ich hab ein Eber. Hast du heute noch? Äh, nein. Okay. Äh... Aber... Gleich. Äh... Warte mal, hat man doch... Äh, das hat man doch... Hat man nicht irgendwie nen Holzschrank? Ja, irgendwo auf der Seite, wo... Ah, da ist doch Holz! Na dann... Sind das nicht zu knapp, ey? Pfff! Na dann... Oh mein Gott! Wenigstens fehlt nicht alles mein Update! Na guck mal, wie über Holz wir haben! Das ist da jetzt eigentlich funktionieren, oder? Dass ich nur zweimal auf so'n verdammten Steine einhause brauche, um tausend Detail zu kriegen! Und hier, du, zehn Steine wegwache, da hast du mal hundert Detail! So... Äh, verdorbenes Fleisch noch mal drinnen? Äh... Ich mach jetzt alles, weil es ist nicht mehr viel Fleisch da! Ja, also ich hab jetzt glaub ich auch noch welches im Inventar... Äh... Wenn dann knallt vorne alles drin, weil ich hab... Mach vorne gleich an! Ähm... Nein! Äh... Äh... Alles... Hm... Ich brauch mal... Oh Gott! Wieso müssen wir jetzt so festhalten, um das Feuer zu entzünden? Äh... Äh... Doch, bei mir ging's bloß, äh... mit Festhalten, Feuer zu entzünden! Je... Jö... Woh... Woh... Jeder krieg jetzt extra rein der Steuerung! Der eine macht so, der andere so! Ja! Ja... I- Dachte mein Schweinefels gerade... Wieso hat der... Wie viel Metall braucht man denn für ein... Ach, hier ist... Ich habe in der Werkbank reingeguckt, da war nichts drin. Das ist da eine Axt drin, eine Armbrust und ein Sperr. Wollt ihr mich verarschen? Das Spiel braucht eine Weile, bis es geladen hat. Juhu! Ich glaube, ich spinne, ey. So, packe dich mal bitte dahinter. Ach, hier ist bloß eine Pistole mit drin. Na, wenigstens haben wir schon eine halbe Stunde dahinter. Ein Revolver. Ich nehme mal eine... Eine Armbrust, komm mal her. Äh, die hat ja auch schon die Pfeile, oder? Die Armbrust. Ja. Sehr schön. Oh ja, guck mal mal. Häää! Gott, schreck ihn doch nicht so. Übrigens ist das so, wie ich bin hinter dir. Übrigens hast du gleich einen Steinfall ins Genick, wenn du nicht hörst. So. Äh, jetzt fehlt nur noch eine Spitzhacke. Entschuldigung, jetzt reg' denn auch noch, und ich rede draus. Was redet wo aus? No. Warum muss ich bei der Welt auch wieder raussehen? Nee, nicht verbrüßt. Was soll ich denn da draußen halbtot? Weiß ich nicht. Was machst du da drin? Noch mehr? Fleisch. Ähm. Feuerstein? Asern? Okay, ähm. Pupp, bo, 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 bo. Pupp, bo, bo, bo. Pupp, bo, bo, bo. Pupp, bo, 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 bo. Den dran, denn ist hier noch Fleiss drin, aber. Ähm. Beda. Jetzt sag mal aber auch kein Fleiss mehr drin. wir haben jetzt bloß noch verrottet das fleiß 114 stück brauchen wir auch noch mal muss in der mursel auch da da war schon was drin stimmt ja wer mehr jetzt habe ich keine bedeutung keine mehr er kann nicht lange normale feine ja ich wollte aber nicht lachen gerade das ist so mit sich hier im spiel wenn man stirbt ok ok hier schon verdammtes bleich drinnen da soll die asche rein sturm gestorben 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 da hatte dann nicht mehr den haben jetzt nebel tatsache wir haben nebel ne ist pissen danke sag mal haben die hat das das haus vorne irgendwie kaputt oder so dass wir die nummerin machen so wie kann mir jetzt heiß sein wenn es regnet erzähl mir das mal kumpel so ich hab mal so gut so ein stark gemacht dazu muss werden nur füllen aufgestiegen so so wieder weiter mit sammeln Ich brauche noch so ein Schwert. Autsch. Was machst du denn du Autsch? Zu weit springen. Ja, das war auch mein Problem. Aber bei mir ging es abwärts. Aber richtig abwärts. Ja und Ray ist weg. Und Gustav Nummer 2 auch. Geil. Die findet man schon irgendwann wieder. Und wenn nicht, dann ist das nicht schlimm. Ey, die hat ein gutes Zeug. Warum ist der so rot? Wie kann man Zement herstellen? Ähm, diese komischen Knochen plus Asche. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Baum? Plattform aus Metall. Okay. Ach, jetzt kann ich lernen. Kürschrank. Klimaanlage. Wenn man ihn mal heißt. 288 Punkte. Ich muss auch noch die Eier ausdrücken. Was für Eier? Ja, wenn wir mal Eier umganzüchten sollten. Ach so. Kannst du eine Kürbungs-Sperre? Es gibt einen Betäubung-Sperre? Ups. Munition. Mit einer großen Aufzugs-Plattform. Wird hergestellt im Publikator. Äh, war zu. Du wirst jetzt mal kurz hierher kommen. Warum? Ich habe ein Problem. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich zu schwer bin. Welche Richtung? Ich bin nie gezerrt. Nein, Alter. Wo meine Schriftzug ist, ich werde jetzt in deine Richtung gezerrt. Das ist so gut. Du hast in meine Richtung gezerrt. Alles klar. Ja. Ich laufe weiter in der Richtung. Da komme ich irgendwann meine Basis an. Nein, du bist auf dem Crash-Tipp oder was? Ich bin oben auf dem Berg. Ja, ich bin oben auf dem Berg. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Klippe. Nicht gar nicht gut. Oh, meine Richtung. Ich bin oben auf dem Berg. Wenn sie alleine abhauen, du. Dann sag doch wenigstens einen Ton, wo du hinrennst. Ich hole Metall, habe ich gesagt. Ich bin nicht oben auf dem Felsen. Ja, doch. Oh. Okay. Ich habe mich gerade erschreckt. Alles klar. Jetzt komm mal langsam zurückgekrochen. Geht nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe zu viel Metall gelagert. Deswegen kann ich nicht, glaube ich. Schmeiß doch erstmal raus. Komm zurück und hol mich mal ab. Ja, dann verliere ich aber das Metall. Nein, verliere ich nicht. Doch. Das bleibt doch 30 Minuten. Oh Gott. Kannst du dir merken, wo das ist? was du bist? Das ist der Zungendrück. Woll der Zungendrück. Ich bin nicht... Wir sind die Zungendrecher. Die Zungendrecher. Die Zungendrecher 같습니다. Die Zungendrecher. Ich bin nicht. Das ist ein Woll ja klar kriegt der schaden warum auch nicht so das essen drinnen kannst du rausnehmen ich bin der andere beteilig mehr warte jetzt muss man schmeißen das beteiligen wenn ich der wieder finde Wolltest du dich wiederfinden? Ah, ich glaub ich hab sie gefunden. Ja, und die ist du? So, das ist Nummer 2. So, äh, die ganzen Bahnen schmeiß ich bei Dings drin mal. In der Werkbank. Ja. Weil, äh, ich muss ja noch was machen. Das ist ja... Ja, genau. Einfach Gewehr Munition nicht hier noch drin. 18 Stück. Also hattest du nicht mal ein Gewehr gehabt? Ich hab immer noch Gewehr. Ja, hier liegt doch Munition für das Gewehr. Ja, das hab ich da reingezerrt, weil... Sprengstoff. Wir können Sprengstoff machen. Ja. Baubler und Granate. Schießpulver und Öl. Geil. Schießgranate. Du kannst dir Haftgranaten... Improvisierter Sprengsatz. Genau. Das ist am besten. Das klebst dir irgendwo ran. Und dann drückst du den Knopf. Oder macht's Mut. Sehr geil. Platziere davon zwei Stück beieinander, um eine Sprengfalle zu... zu... her... zu... her... zu... her... zu stellen. Mann! Schäres Wort! Warte! Oder besser. Wurde schlecht. Äh... Einmal Schießpulver haben wir noch. Ich würde das gerne mal in Aktion sehen. Ringsrum... Ringsrum ums Lager... äh... Zeugbar... hinpacken, weißt du? Ja... Aber du läufst dann durch, ja? Äh... Äh... Zeratropssattel haben wir hier noch... in ner Werkbank drinnen. Hast du hergestellt? Ja, schön. Ja, ich weiß. Den hab ich nicht hergestellt, sondern das ist der von Gustav I. Den ersten. Aber Gustav II haben wir nicht mehr. Äh... Er ist doch zweimal verloren. Äh... Primitiv... Nahkampf... Metallbahn... 50 Stück für so'n blödes Schwert... Nee, leck mich. Ich brauche Munition! Eine Kugel... Handfeuerwaffe... Was ist der... Was für Munition brauchen wir eigentlich für die... für den Revolver? Das ist doch nicht so... Das ist doch nicht so ne Kugel, oder? Oder hab ich das gar nicht gelernt? Ich weiß gar nicht, was man da braucht. Aber ich glaub so ne simple kleine Kugel. Also nicht die Kugel. Ja, äh... Kannst du die mal rüberschmeißen? Ich hab so'n... Was denn? Was? Ich hab die nicht. Wollen wir mal gucken... Kann man das nicht irgendwie herstellen? Ich hab so'n Revolver wie in, äh... in dem Western-Spiel... Da jetzt nicht nochmal den Namen. Ja, da hast du glaubst du ne kleine Kugel. Müsste wir da bauen, sowas. Mit so ner Monitor drin packen. Waffen-Magazin 6? Die einfache Kugel, oder? Hä? Hä? Schrotflinte... Ich würde mir gerne mal Schrotflinte noch herstellen. Munition... Braum-Ober-Schieß-Pulver? Was ist das denn hier? Kapunenschleuder... Waffe... Okay... Oder krass gleiches Sturmgewehr, weißt du? Fabrikator... Die sind übrigens aber der Scharfschützengewehr, was da noch nicht? Äh... Wir haben auch verbesserte Gewehr-Munition. der Scharfschützengewehr. Der Scharfschütz... Die ist dann aber nur für die... Für... Ich sag das... Für... 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 Irgendwie wäre glaube ich, ich finde die Böse nicht... Die Böse nicht. Die Böse nicht. Ach ja... Ich selber war ja nie selber. Ah ja, ich selber war ja nie selber. Oh... Oh... Komm... Komm... Sitzbogen kann ich jetzt machen. Industrie-Schmelze! dann kann er keine punkte mehr für hergestellte scharschützengewehr wozu brauchen hergestellte scharschützengewehr zement extra schwer daran liegt aber fabrikator kann man fabrikator schon er braucht mal um die mehre um elektronen herzustellen oder elektronische sachen machen ja kann man den fabrikator schon lehre also so kann man nicht lernen das muss man glaube rausfinden weil hier sind viele dinge was nicht beschrieben ist und fabrikator ist so nicht dabei ich habe jetzt ein sattel gelernt was tust du tust es damit aus was für ding raketenwerfer gasmaske was plesiosaurus plattform sattel was pronto plattform sattel hat den gerät kann man auch tauchen industrie schmelze kann nur hergestellt werden in fabrikator haben wir den fabrikator nein haben wir haben wir den fabrikator haben wir den verdienen der werkbank die fabrikator Mh, mh. Achso, das ist Rüstung, Strukturen vielleicht? Sonstiges? Bauplan, Artefaktsockel. Was? Harzsammler. Hm? Beteiligung haben wir fallen, Möbel, ein Klosett. Toll, ne Toilette kann ich mir bauen, ich scheiß doch sowieso überall hin. Wer kann sich da draufsetzen und ein Geschick machen? Da ist er, Fabrikator. Kristall, Zement und Öl. Ja, der Kristall kriegen wir glaube ich nur in diesen komischen Höhlen, die müssen wir jetzt mal finden. Ja. Oder auf irgendwelchen Bergen, ich glaube in der Nähe von den Vulkanen. Da müsste das auch geben, aber da gibt's richtig... Ja. Ja. Öl, Öl kann man ja herstellen. Dann braucht man halt mal wirklich einen G-Bricks oder sowas. Ja. Oder irgendwas Schnelles, was sehr schnell weglaufen kann. Äh, Reh kann ganz schnell weglaufen. Ja genau, den hätt man jetzt ganz gut gebrauchen können dafür. Ja. Wir haben wir denn. Also, Metall haben wir genug. Nee, haben wir nie genug. Ja, jetzt haben wir 41. Wir brauchen nur, brauchen... 35 Metallbahnen. Zement. Sind ja, sind ja auch die komischen Knochen oder? Wir brauchen nur, brauchen... die haben wir doch die hat man irgendwo im schrank gehabt toll ja die haben wir noch irgendwo im schrank ich habe die reingeht ja wo das steht die dient drauf glaube ich nicht noch nicht auf der anderen Seite Leder Knochen 24 Stück haben wir reicht das irgendwie ne wie kommen wir denn für Effiziemen 4 das ist mir schon klar aber wie viel die gilt also du brauchst hier runter knochen und die acht steine vier so eine Knochen also 24 kamen steine liegen hier drin warte mal hier liegt nur noch einfach eine kugel ja klar haben wir so arsch klar der knallt da sechs stück rein in die revolver Kappi Scheiße in die Räume wo macht man Cement für den komischen Mh. Lieber so? Ja. Hm. Ach, Herr Steiner, wie gesagt, brauchen wir ja noch. Halt, das war falsch. Ach, Mann, Werkbank. Geht doch mal. Rede doch mal, Junge. Was ist denn los? So. 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 So viel Steine in der Hose oder was. Alter, geht doch! Firmat Zement kann man machen. Das ist ja quasi nicht. Stimmt der zu wenig steilen Stimmt der zu wenig steilen Das ist aber Ausrüstung. Leck mich doch am Arsch. Schrank. Okay, das ist leer, dann muss ich mal kurz gucken. Lea? Ja, die Munition habe ich genommen. Und die Ausrüstung gehört mir. Die habe ich mal kurz kurz wieder reingetan. Mit Teil ist leer. Nochmal Munitionsschrank. Da ist eine Flinte drin. Schrank ist hier drin. Okay, hier ist ein Gattel. Zetin. Da haben wir einen Stein. Feuer lodert. Ach, noch zweimal. Na, ich will komplett einzogen. Juhu. So, jetzt haben wir sechsmal Zimt. Hehehe. Hier mal Schießpulver. Teil. Strukturen war das. Darstellung. Wir können ja schon, äh, bop, bop, bop. Sechsmal. Die sechsmal Zimt schon reinballern. Jetzt brauchen wir noch vierzehnmal Zimt. Für irgendwann möchte ich mal den Fabrikator bauen. Ja, da brauchen wir auch noch Strom, damit wir den bedienen können. Ja, da brauchen wir noch vierzehnmal Zimt. Hier ist der Kompass drinne. Toll. Halt. Die fünfmalen Zimt. Die fünfmalen Zimt sind geklappt. Wir müssen ja schlafen, z. Bop, wop, wop, wop. da der berg ist richtung norden wenn wir richtung norden gehen müssten wir mal auf den berg kommen ach greta ist ein lebenspartner verloren ach mensch mädel der neuen gekriegt aber der ist ja irgendwo in der pampa ich sag doch der ist abgehauen da wollte nicht mehr muss ich tot lachen wo ich gestorben bin ich habe sie sehen nicht ich habe nur gesehen dass sie gestorben ist und dann gesagt wo bist du denn da habe ich rei gesehen wo sie wo die er da unten in der schlucht drin steht und ich so ich bin ganz normal und dann springt der wie so ein ne ich weiß nicht wie so ein adonis kommt ja drauf an und du gerade beim sprinten warst oder 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 wie das heißt aber ich bin ganz normal und dann springt der wie so ein nicht, wenn du gerade bei den Sprinten bist und dann springst, dann springst du viel höher und weiter. Hast du dir schon Fleisch rausgenommen? Ein bisschen ja. Ich habe hier noch was anderes vor. Warte mal. Wenn wir jetzt so was Schönes haben, dann kann man das nicht machen. Bist du? Genau. Da. Das Ding ist ja riesig. Scheiße. Wo macht man das denn hin? Eine Ahnung. Dass die auch hier irgendwie... ...einfach so... Scheiße, das ist nicht so lange. Halten du denn? Oh ja, mach was hier an. Guck mal. Was denn? Ja. 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 Guck mal. Tapete. Na endlich. Du hast ja dein Kriegsding noch. Ja. Ja. Kann man da nicht drauf sein oder so? Kann man da nicht drauf sein oder so? Ja. Abreißen. kann man auch markieren wo man ist hier sind ich markiere da wo ich in Sturm bin da gut dann sind wir denke ich mal und hier war das Bett von dem alten wir müssen mal ein Bett bauen das ist geht das geht nicht mehr so weiter ja warte mal was kostet denn ich meine ja noch Metall drinnen oder was war ja ok für ein Bett brauchen wir Metall ja kleine Spielereien müssen mal sein Leute so 107 Metall haben wir jetzt drinnen liegen Möbel zählt doch das oder da müsste eigentlich Strukturen da müsste Möbel sein ne das nur Toilette ne das ist das ist doch direkt betten da war auch noch Holz Leder und Stroh brauchen wir noch äh Holz haben wir ganz gut ja äh bei Holz äh saufen Holz drinnen also Leder wir sehen hier ob wir noch Leder haben Leder haben wir ja Leder haben wir Leder ja Leder haben wir dann müsste ich ja auch ein Bettchen bauen ne Ach Quatsch das macht man doch nicht da drin Ah, lol, das macht man doch nicht. Ich muss wieder. Wie kann ich das jetzt machen? Eins. Ich habe zwei Betten. Kannst du die rausmeißen? Hast du eins davon? Ja, warte mal. Wo drunter hast du die herrlich seltsame? Ah, es ist nun mal ein Menü. gewaltig. Ach, so. Na, hier. Na, da liegt dein Goldswet. So, wo betreut man die Welt? Also, beides wollte ich immer wieder neben der wunderbaren Karte, die man nicht benutzen kann. Ich habe ich noch nicht so viel in die Hines editiert. gucke wunderschön ich schlafe mit dem kopfbett genau da wo wir wohnen juhu da wo das kopfkissen ist da ist unsere insel da wohnen wir man kann nur schnell reisen ja jetzt gehts ja na endlich so so wir hatten jetzt eigentlich die feine aufgesammelt hier ich das waren doch meine ich hab die doch nur da reingetan wenn ich mal kurz ein bisschen platz habe für metall sammeln nein ich meine hier aus der karte gezogen so die verständigen können die wohnerei da mal ach ich war der müde ach man Was schief? Ouch. 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 was denn auch was schließt du denn da ist doch nicht die ich schieße mir in den Rücken so Kugel ist leer jetzt kriegst du noch einen Fall komm Junge nicht runterfallen Hippie aus dem Nordwest ja ich sollte mir einen kühleren Ort aussuchen ja ja ich sterbe gleich lalalala ich hänge am Felsen fest warum stirbst du Aua Aua jetzt da kann ich gern weglaufen ähm weil ich da was eingeschossen habe was ich hätte nicht anschießen sollen warum machst du denn so was glaub ich zumindest das äh kommt übrigens direkt auf uns zurück hä oder wer bist du denn ich hole grad was großes was ganz großes das heißt nicht ein T-Rex komm mal ein Stück runter komm mal ein Stück runter ich bin ich bin so zu den Finale gibt es auch ein riesengroßes alleine läuft weg nein komm her nicht weglaufen auch nicht bereichend die Feile so betäubungsfeile ich habe nämlich keine betäubungsfeile ich kann ihnen nicht helfen ja er liegt ja jetzt sagen wir mal wo ja du bist schon fast richtig ja du bist schon fast richtig oh shit ja wenigstens etwas geht es noch ach zum Schluss du würdest ihn doch grad verarschen du würdest ihn doch grad verarschen dir ist das sehr groß ja da passt auf jeden Fall ordentlich rein denke mal ordentlich vollpacken ähm ähm das war geht ähm jetzt Mädchen äh ok was frisst das Viech? Pflanzen jogger ha aber doch mal das sind die zuschauer entscheiden was über die die bis es hier okay diesmal nicht ja wenn man schon genug hat eh da ist was schönes ja 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 mal sehen gleichwertigkeit hier vom biebern angegriffen äh ich werde gleich richtig Probleme kriegen oh jetzt die Wendt drinne das nimm mal mit ne ins arz auch was ohne daskien we queste weg ne oh oh se wenn du vorn angegriffen So was, ich habe doch gerade einen Biberbau zerstört und geblündert. Jetzt müssten doch Biber hier auftauchen. Ich habe 200 Zement aus dem Biberbau geholt. Jetzt bauen die schon mit Zement, ey, die Schweine. 200 Zement, okay, da haben wir erstmal... 200 Zement nach. So, und jetzt aus dem Biberbau, welche ist giftig, welche Pflanze? die schwarze nein diese nicht die schwarze diese lilan kannst du auch die asylbeere ja ich habe hier noch einmal wäre dann habe ich noch eine rote dinitobeere und wie das heißt dann habe ich noch eine stimmbäre dann die blaue die azubäre und meyopäre gibt den einfach alle bären bis auf die schwarzen obwohl er sei ehrlich so klatschen wie so alles drin klatschen der fritte das was am liebsten mag die lilan die Sorgen dafür noch mal die Gäste in Welt die Gäste malen die schwarzen die immer lieber raus ich hab und noch mal der leute er hat der umsetzungsweiter Tüttungen auf dem Konto heute ja das noch ein große Lady diese nicht nur die Hälfte ja wie nimmer sie denn ja dann werden die Züge wie wir die müssen wir nennen wollen meine Zuschauer weiß ich nicht, der ist ja erstmal Busteiner und der schreibt nüsst, da da sind viele, viele bestimmt von der Obliste ist dabei hast du Betäubungsfeile dabei? nein, hab ich nicht leider nicht weiter vorhin schon gesagt ich brauch mal Hilfe ich hab nur normale Pfeile, das ist das ja was der hinten? ja liebe Zuschauer, wie soll man die schöne Damen nennen? ein wild weiblicher Prontosaurus schreibt in den Kommentaren ich brauch Fleisch, ganz dringend Fleisch schätzt ihn so gut, so das tut auch gut und traurig die Glückwünsche der Fall der Höhepräder der Dr. kerne wir brauchen wir brauchen m uhr hier hier über den du hast du gehen kemfleisch mitgenommen oder hast du irgendwas vielleicht war so ja das macht eine dicke brotosaurus da lüse hinterher ja ich will den schlacht so dann habe ich nämlich gleich so wo liegt denn der gute da liegt er ja aber noch ein ein männchen das war ein absolutes zwei klicks treffer ich habe nicht damit die rechte den die betreffend ich bin vor allem beim weglaufen noch drüben ich bin ja jetzt haben wir im männlichen wie soll man den enden liebe zuschauer die kippen also ein weiterhänden nicht einen pontos aus weiblich also zwei namen bitte nur erst doch mal du und wer dich beinahe nach jetzt gibt es schon plus vier level oder der ist ein ganz gut ich weiß weniger rauchen hälsischen an der zunde dabei ich weiß nicht, dass sie noch zeigen sind oder? juhu 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 also der weibliche Brontosaurus ist bei 22,1 Prozent selten davon eine gute finanzen jetzt ess doch mal was komm wer denn? ich hab hier aber das gute Fleisch ready packt der hat schon eh mal hier essen er muss ein paar mal mehr essen warum? nee, dann geht er schneller muss er messen oder was? ja er soll zum Camp rollen er zum Buch hä, wie so kann ich die Steine nicht aufheben? scheuer? das ist ne Buschel ja das ist ein riesen Steiner sie grad in den Hosen, dass sie gesteckt hast aber die kleinen nein, das sind zu Süden nicht nein kleine pfff aber so ein riesen Impel der steckt dann in der Hosentasche rein alles klar Gott, bist du krank und wie weit ist deiner hier? 50 Prozent na siehste, geht doch schnell was siehst du denn? der beißt nur immer zu und schoniert das nur da hinten der große, große Rümpelkopter, der braucht ewig die 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 ach nee, sie ist gerade liegt auf dem Felsen als klar hallo kann man ja mal gucken, danke das ist 37,9 ja ich habe ja auch speziell die ja ich weiß der reinger und deswegen lief es wird die wir für die die Welt doch dafür dass es schneller geht war Kau ich mir die zwei Spiele für Xbox man, das ist auch eine Sache. Und dann kriegst du ein klassisches Let's Play. Wie alle anderen auch, mach das Licht an. Ich hab Angst im Dunkeln. Ja, geht doch schon wieder. Sonne auf. Sehr froh, dass ich so schnell eingestellt habe. Ich hab's noch schneller. Deswegen bleibt das bei dir auch nicht mehr. Ach, schön Kröte. Ich dachte, was braucht'n da jetzt rum. Ja, steht auf die KE2, werde ich dir auch mal zeigen. So, Namen... Wurde bei dir was geschrieben mit Namen, Löwe? Nö, bei mir wurde nichts geschrieben. Bei mir auch nicht. Wir sind heute mal schreibt Paul. Hat dein Mann irgendwelche Vorschläge? Ja. Wenn sie ja Fat Lady nennen... Das wär aber gemein, ne? Also, die große ist bei 46,3%. Die Bewusstlosigkeit geht ganz langsam runter. Bei ihr. Also, wirklich sehr langsam. Deine muss der Ball ausstellen, wenn man das nächste Mal ist, oder? Ja, 75% haben wir schon. So, ne? Komm, alter Hording! Es so was. Hm, ich denk mal so einen dicken Haxen. Wo was drin ist? Du musst die Reichen. Oh, was machst du denn? Oh, sagst du mal den hier an. Der sieht ja cool aus. Ist der blaue? Ist das so ein Metallding? Ja, das ist ein Roboter-Dino. Alter, wo kommt denn der her? Der sieht ja cool. Ja, er liest du nur mit mir. Nein, ich bin auch schon einer auf meiner Karte begegnet, aber den kann ich nicht sehen. Na, wieso soll ich den Namen eingeben? Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe gerade in der Nähe statt. Wie nennt man denn dein Fang da? Deinen männlichen Fang. Ach, heute mal, ich habe was. Carlo? Was, Alina? Aber komm, mir geht es. So, jetzt wollen wir noch einen Webbingen Namen. Oh Gott, das ist so geil los. Ihr habt schon. Der folgt mir. Ach so. Oh, 14 Prozent. So, jetzt habe ich mir so bei so nah rankommen. Wieso? Hat der bei dir Vorderarme? Na ja, du hast du ein paar Stummel, die nach hinten getrückt sind. Ja, das sehe ich auch gerade. Wie würde... Hä, wie würde zufassend zu beißen, hallo? Du bist ein paar Stummel. Der bei ist einfach nicht. Hm. 57,9 Prozent. Also, wie gesagt, mhm. Lass dir, lass dir mal folgen, bitte. Der, der gerade eine Kopflüsse jem. Der Mietbo. Hm. Ähm. Ähm. wie lange dauert das jetzt noch? 62,1% kannst du denn, hast du noch Zeug zum Rundpacken? Ne, aber ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen Bergen sammeln. Da haben wir ja genug Zement, dazu. Wenn du das Haus aus Metall bauen willst, dann brauchst du auch Priment. Oh shit. Menge dauert schon noch. 260%. Ich hab hier nochmal die blauen. Dann hab ich hier noch. Keiner mit Rundballon. Wieso hast du 15 mal die schwarzen Rinder? Einfach so? Mach dich schläfrig. Du kannst ja mal essen, wenn du davon. Das ist so wahnsinnig. Wird's denn los wie einer oder was? Ne, ich werde mal sehen, wie du da anfängst hier. neben der Orten zu schlafen. Ich kann dir auch gleich mal Pfeilen Populi jagen. Na Aragorn, was los? Mal wo noch ein paar Orks töten Aragorn. Das hast du falsch geschrieben. Das hast du falsch geschrieben. Nein, der wird so geschrieben. Ja. Ja. Ach so. Der wird dann gut. Sonst würde es ja heißen Aragorn. Aber der heißt ja Aragorn. Den Fehler hab ich ja am Anfang auch gemalt. Ey. Scheiß der einfach da hin, ey. Aragorn. Fertig, wo ist dein Schwert? Wo ist eigentlich mein Schwert? Ach der stimmt, der ist ja kaputt. Ist er weg. Naja. Das ist eigentlich mal schön hier, runter. Das ist eigentlich mal schön hier, runter. Nimm mal diese Pisse hier. Ja. So, drüber, die war einfach raus und dann feiern. antworten wenn sie fertig ist nur ein 17 prozent doch ja leute die woche ist sehr schön verhext aufhörer von mir gibt es dann morgen wenn ich wieder da bin gibt es feine für die 15 und dann vielleicht auf dem nachmittag 7 days do die vorbereitung für mittwoch mittwoch gibt es dann einen schönen langen stream tipps tricks und allen drum und dran das kann man auch noch auf youtube könnte dann auch noch angucken also specheln der brauchst du denn eine alte damen hier haben wir überhaupt schon rausgefunden was die ihr lieblingsessen ist die gelben glaube ich die gelbe werden nun frisch die gelbe bären man dann sieben und siebte kommen in prozent hier ist auch die schwarzen das ist nicht so ein so ich habe ein kompass mit wer hier wollen man hat schon aufregend ein wir sind nicht also so weit wurde auch über die hälfte das was der war von haupten nach mit wie geht 80,4 prozent wo bist du schon in die Rand ich habe noch was geholt Nein, du hast hier ne Stohlen. Ja, also irgendwann latschen die nur in meinem Pfeil, also... Du brauchst keine Angst an, man kann die Steinpfeile herstellen. Mach das noch eh mal, fliehst du raus aus meinem Server. Du weißt schon, dass die Rüstung dadurch kaputt geht, wa? Danke, meine Hose hat jetzt ein Loch. Nicht nur halten. Oh Gott, du siehst aus wie du rupfst das Huhn, was passiert? Ich kann dir ja gleich mal mit richtigen Pfeilen Löcher machen. Kannst du deine Hose auch reparieren? Ach guck, ich bin ein bisschen witzig. Äh, 86,7%. Willst du den Namen geben, oder ich, oder wo bist du denn schon, wo der Handyrand? Ich gebe ihm jetzt mal den Namen. Ja, dann muss ich dann weiter weg. Scheiße, ich will dich nicht. Ey, das ist doch unlogisch. Den kleinen Stein, den nimmt doch nicht mit. Aber so'n riesen Ding steckt das dir in die Hose. Das ist doch witzig. Komm mal mit, Argon. Wir sind schon noch so weit dran. Hm. Tschuldi. Übrigens, ich kann die ja von hier aus treffen. Ach, das war gut. Lacher so feierabend. Bist du eigentlich schon in Level? Nein, bist du nicht. Nicht schon, oder? Fress doch nicht so viel, Junge! Bist du nicht. Bist du, D-D-D-Dum-Dum. Bist du nicht. Alter... 64... du musst sie nicht bedanken Aragon ja also 390 Prozent nicht mehr lange ah Gott wie lange ist immer nicht so müssen schon fast vier Stunden 145 gerade eine Schildkröte alter ja ja so benötigt nicht mehr nicht mehr die 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 890 990 9 die Ambrust ist ja geil Arzt aufgestanden da wer ist denn die junge dame war doch vorschlag wo der mann war mein gott wieso ist es nur schnell alle hier sind los Prozent ich glaube es müssen irgendwie hochkommen weiter die Kiki stelliert der Klinik da durch den Wald wie sagen die Leute man macht den Plan wie geht dort wird die wir werden ich muss weiter folgen wir wollen Ein Start, ja... Autsch, 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 wo bist du weit? Autsch, 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 wo bist du weit? Ausch, Autsch, Autsch, wo bist du weit? Betti? Betti. Betti kommt hinterher. So. Ah, da kommt Bera! Komm Betty! Die ist sehr langsam, die Lady! Aber sie schafft den Berghof! Komm Betty! Die haben die Befehle geändert. Was ist denn? Ja, also Betty wird es dann gleich kommen. Irgendwann. Guck mal hier, Aragorn, Kuschelturm und Greta. Jetzt krieg ich wunderschönen Kaffee. Ach, da kommt sie ja schon. Siehst du schon den langen Hals? Also da kommt sie. Als ob sie nicken dort. Sie stammt da langsam nach oben. Hi Betty! Hallo Betty! Hallo Betty! Ja! Da sind die große Gehege. Die hat ja alleine schon kaum noch mehr. Oh! Ja, ich hab schon überlegt, die kompletten Felsen zu nehmen. Und unten mitzunehmen, weißt du? Oh! 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 Ich lass mal hier so lang gehen mit dem Zaun. Hier wo ich stehe. Moment, warte mal. Hier so. Wo stehst du? Wo stehst du? Na ja, wo Betty und äh... Stehnot runtergehen. Hier. 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 Also hier. Hier soh das Gehege. So. Komplett immer ringsherum gewasen, in den Berg. Also um den, hier. Ja, die können die Lybrun hier komplett nutzen. Ich mein, wenn das ist ja einfach. Nem які fläche, die können eben komplett die Fläche schneller nutzen. Vielleicht hier, so das Tor hinbauen, dass wir hier raus können. Weil wir hier runter können, weißt du? er macht immer rechts und links und einmal vorne also freut euch drauf falls mal freitag zocken können freut euch drauf da wird gebaut vorher wird gesammelt das musste ertragen wir packen uns drin die erste treten zu liegen beim sammelzeugs dann etwas höhere drehen damit war dann nicht in die ganzen die ganze insel roden mit nun jetzt glück ja um was soll ich erstellen dann wie bei dir und 50 steine gleich kommen oder was der bei mir kommt da aus ich habe ein stein auf morgen und 50 steine gleich ja du musst dann ein bisschen mehr gewicht und hier um zu schlafen das war wieder mal ein schöner langer stream der auf youtube auch kommen wird also wer dazu gucken möchte kann gerne bei mir zu gucken sie hat ja leider noch kein kanal und wenn wenn sie ein kanal hat dann könnte auch dazu gucken und folgen abos egal wenn krisse nicht der den kanal oder hast du schon den ein guter weil ich habe ein hauert die nutze ich kaum wie in dem ok meinst du ja also du hast du da zu euch draufstehen ja das ist das ist ein altes luke Prozent du kannst ja im netzplänen hinter hinter schreiben mit dem ok wo sie sich bei einer der decke hängen geblieben das nie so gut für die gesprung so kommt ehrlich ich meine er er kann man sich nicht festhalten wie bei AC nein kann man nicht ja wie gesagt das kaufe ich mir für xbox worden und um red red redemption 2 auch für xbox worden davon kommt aber leider kein let's play war das schon ausgenuckelt ist das wird ja hier um mit rat auch von AC könnt ihr euch freuen auf der xbox wollen ich möchte auch auf der xbox wann das ist letztlich davon machen da wie gesagt morgen hört er mich äh früh wenn ich wieder da bin bei final das ist ungefähr 10 halb euro dann auf dem nachmittag äh 7 days to die und mittwoch das gleiche Spiel so Donnerstag das ist ja nach dings da werde ich mal gucken andere Spiel für 7 days to die mal schauen das ist ja nach Halloween mal gucken so ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend Essenszeit ist gleich sind wir schon drüber ja Mucki verabschiedet sich jetzt auch wunderschön am Montagabend feiert schön am mittwoch mit mir vielleicht wenn ich da selbst nicht so drei stunden zöcke haut rein und tschüss 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 tschüss